Hallo, ich bin Johanna. Ich bin Paulina und wir sind heute im VDE-Haus und erstellen hier unseren eigenen Remix. Der Girls-Only-Musik-meets-Mint-Workshop des VDE Stuttgart wurde konzipiert, um Mädchen mit musischem Interesse miteinander zu connecten, sie über das Thema Sounddesign spielerisch und kreativ an Technik heranzuführen und sie in ihren Fähigkeiten zu fördern. Wir arbeiten mit einer Digital Audio Workstation. Man sieht da direkt, wie das Audiosignal, das physikalisch vom Mikrofon erzeugt wird, in Schwingungen aufgezeichnet wird. Und die Schüren haben dann die Möglichkeit, diese Aufnahmen wiederum mit Effekten zu bearbeiten, was das klanglich sehr vielfältig und interessant macht. Also ich fand es cool, dass man eigene Aufnahmen machen konnte, auch von seiner Stimme, und dann die in den Remix einfügen konnte und die zum Beispiel samplen konnte. Und es ist einfach interessant zu hören, wie man dann die eigene Stimme verändern kann und es nachher im Mix klingt. Und es ist einfach so hoch zu führen, wie man es so grouped. Untertitelung des ZDF, 2020